Merida, Legende der Highlands. Der neueste Film von Disney und Pixar präsentiert Merida Stories. Bitte alle auf eure Plätze. Ach, seht uns an. Perfekte Familie, perfektes Königreich, perfektes Leben. Schluss jetzt! Nein, lasst mich erzählen, wie die Dinge hier wirklich laufen. Ich bin Merida. Mama versucht immer meine wilden Haare zu bändigen, aber ich mag sie so wie sie sind. Wenn deine Eltern der König und die Königin sind, legt deine Waffen nicht auf dem Tisch. Kann so ein Leben auf dem Schloss sehr... eingeschränkt sein. Merida, hör auf! Ich muss mein eigenes Leben leben. Meinen eigenen Weg gehen. Ich habe mir gewünscht, dass sich hier einiges ändert. Und das ist das Problem. Anscheinend habe ich einen winzig kleinen uralten Fluch zum Leben erweckt. Ich würde alles dafür tun, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen und das Königreich zu retten. Ich muss einfach nur mutig sein.